So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Slime Ranger. Wir wollen uns pinke Slime Kacke suchen. Das heißt aber auch, dass wir uns direkt pinke Slimes einfangen. Davon gibt es ja mehr als genug. So, nee, Karotten brauchen wir nicht. Das findet man ja alles unterwegs. Und hier geht es doch schon los. Ach, hier haben wir gleich noch mehr. Ja, okay, 33 sind vielleicht doch ein bisschen zu viel. Warte mal, was brauche ich? Ah, nee, den Rest kann ich mehr. Dann, ähm, ihr wisst schon. Hier, bei mir gleich besorgen. Ähm, die essen Möhren am liebsten. So, dann machen wir die pinken Slimes nämlich hier hinten hin. So, Gehege kaufen. Hohe Wände. Und natürlich das Fangnetz. Der Plotsammler. Na ja. So. Ja, das reicht fürs Erste. Äh, hier, zwei. Fabrizieren. Ähm, hab ich denn jetzt? D. E. Installieren. Was macht der jetzt? Was macht der jetzt? Was macht der jetzt? Die werden schon irgendwie recht haben damit. Äh, ein Helfer-Bot, der darauf programmiert werden kann, über deine Ranch zu Saison und eine Reihe unterschiedlicher Aufgaben auszuführen. Okay. Erlaubt es, die Ressourcen unter der Erde abzusaugen? Hält ein Zyklus. Erlaubt es? Ach du Scheiße. Äh, Slime-Ball-Ring startet einer unter Slime-Ball sobald... Äh, ja. Gut. Ich muss aber noch was anderes nachgucken, denn mir wurde auch noch gesagt, dass der Kristall-Slime einen Schlüssel gedroppt hat. Ich hab allerdings in meiner Folge, wo ich aufgenommen habe, keinen gesehen. Das testen wir, das prüfen wir jetzt nochmal nach. Vielleicht ist er noch da, vielleicht aber auch nicht. Das finden wir jetzt einfach mal heraus, würde ich sagen. Nebenbei können wir hier noch ein bisschen was einsammeln. Wie schieße ich nochmal Wasser? Das war nur die Lampe. Ähm... Ich weiß es halt einfach wirklich nicht, wie... Ich bin auch bescheuert. Ähm... Tank 5. Ja klar. Mann, bin ich dämlich. So, wir wissen ja noch hoffentlich ungefähr, wo der Kristall-Slime war. Wenn nicht, ist es ein Mega-Fail von mir. Aber ich glaube, der war hier hinten in der Ecke. Oh, hier gibt es wieder so viele schöne Kristall-Slimes. Die will ich alle haben. Die will ich alle haben. So, wir suchen aber jetzt hier den Platz von Mama Kristall. Hier war er nicht. Hier ist wieder so ein Ding. Hier war es. Hier ist er noch. Wir können das nächste Türchen öffnen. Wir können das nächste Türchen öffnen. Ähm... Jetzt muss man nur noch das nächste Türchen halt finden. Ja, komm, das ist nicht so schlimm. Die kriegt man ja so oder so, die Kristalle. Ja, die sind so schlimm. Ähm, da haben wir doch tatsächlich einen Schlüssel, mit dem wir natürlich auch das nächste Türchen aufmachen können. Und was wäre ich für ein Slime Ranger, wenn ich das nicht machen würde? Hm, tut 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 tut. So, aber als erstes, die kommen hier draußen hin. Äh, das ist die 4. Ja, oh. Hey, geht hier mal rein. Schatzknacker. Okay. Wo? Wo? Hallo? Schatzknacker. Ja, äh, 4.500, jo, gut. Da würde ich sagen, muss man noch ein bisschen Schleimkacke einsammeln. Äh, ja. Äh, ja. Jo, da darf es ein bisschen was. Was, das war schon. Okay. Sollte nicht mehr sein. Ähm. Hier liegt das Essen da einfach nur so rum. Ich weiß, dass da oben Hühnchen sind. Meine Güte. Ich weiß, dass da oben Hühnchen sind. Ich weiß noch immer noch nicht, für was diese Bären sind, aber gut. Wir nehmen sie einfach mit, weil wir es können. Äh. Äh. 5.000. 5.000. Ne, dann würde ich erst den Schatzknacker haben. Das steht fest. So. So, so, so. Früchte. Die wollen Gemüse. 18. 19. Gut, da gab es noch eins. Die wollen... Frucht. Oh, okay, da gab es ein Herzchen. Das heißt ja dann mal was Gutes hier. Ja, gut. Das hieß wirklich was Gutes, würde ich sagen. So. 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 hier haben wir Obst. Äh, stopp So Zehn Stück, genau Es läuft heute hier irgendwie Aber ich sehe gerade 60 springt mir das Grüne Warum sagt mir das keiner Ups, die fressen Ups Ups, 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 Ups So, ich würde aber sagen Das war es auch schon wieder für die Folge In der nächsten werden wir dann das Türchen öffnen Mit dem Schlüssel Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr einen Daumen nach oben da Lasst Kommentare da Und ich hoffe wir werden uns sehen Bis dahin, bleibt entspannt Genießt den Tag Und bye bye Tschörererere Vielen Dank.